Vielen Dank für den Kauf deines 8 zu 8 von Motu. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Inhalt des Kartons. Hier findest du das 8 zu 8 Interface, das Handbuch und das Infoblatt, das Netzkabel und ein USB-Kabel, um das Interface mit deinem Computer zu verbinden. Das mitgelieferte USB-Kabel ist ein C2C-Kabel. Je nach Computer benötigst du möglicherweise ein C2A-Kabel, das separat erhältlich ist. Wenn dein Mac über USB-C-Anschlüsse verfügt, verwende das mitgelieferte C2C-USB-Kabel. Wenn es über USB-A-Anschlüsse verfügt, brauchst du ein USB-C3-zertifiziertes USB-C auf USB-A-Kabel. Die Seriennummer deines 8 zu 8 findest du auf der Unterseite deines Geräts und auf der Seite der Verpackung. Du benötigst die Seriennummer, um das Gerät zu registrieren und um optionale Software, Instrumente und Loops herunterzuladen. Dein 8 zu 8 ist auf dem Mac Plug-and-Play fähig. Wir empfehlen jedoch, den Mac-Treiber zu installieren, um eine noch kürzere Latenzzeit zu ermöglichen und andere Treiberfunktionen wie QMX5 und Hardware-Monitoring in nahezu Echtzeit zu nutzen. Klicke dazu auf den unten stehenden Link, um den 8 zu 8 Treiber herunterzuladen. Gehe nach dem Herunterladen in deinen Download-Ordner und suche das Motu Gen5-Installer-Paket. Mache einen Doppelklick, um das Installationsprogramm zu starten. Klicke auf Weiter, Fortfahren, Zustimmen und Installieren. Du musst das Passwort deines Mac-Benutzerkontos eingeben, um die Installation zu starten. Achtung! Halte während der Installation Ausschau nach dieser Meldung. Dies ist eine Standardmeldung von macOS, die dich auffordert, die Ausführung des Motu-Treibers zu erlauben. Je nach Version deines Betriebssystems sehen Layout und Wortlaut dieser Meldung etwas anders aus. In jedem Fall musst du auf die Schaltfläche Systemeinstellungen öffnen klicken. Hier solltest du dann eine Meldung sehen, die lautet Systemsoftware der Anwendung Motu Gen5 System Extensions wurde beim Laden blockiert. Klicke auf Zulassen, gebe dein macOS Benutzerpasswort ein und klicke auf Einstellung ändern. Schließe anschließend das Fenster Einstellungen und kehre zum Treiber-Installationsprogramm zurück, um die Installation erfolgreich abzuschließen und den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart deines Computers schließt du das Netzkabel an das 8 zu 8 an, verbindest es mit dem entsprechenden USB-Kabel mit dem Computer und schaltest es ein. Gehe anschließend zu Systemeinstellungen, Ton und vergewissere dich, dass dein 8 zu 8 sowohl als Ausgang als auch als Eingang ausgewählt ist. Schließe nun ein Lautsprecherpaar oder Kopfhörer an das 8 zu 8 an. Hier befindet sich der Haupt-Lautstärkeregler. Drehe den Regler, um die Lautstärke einzustellen. Oder stelle hier die Kopfhörer-Lautstärke ein. Im Display siehst du immer den aktuellen Wert in Dezibel. Beginne vorsichtshalber mit einer niedrigen Lautstärke-Einstellung. Öffne nun iTunes, YouTube, Spotify oder eine andere Musikquelle. Wenn du die Wiedergabe startest, solltest du nun die Musik aus den Lautsprechern oder Kopfhörer hören, die an deinem 8 zu 8 angeschlossen sind. Jetzt kannst du das 8 zu 8 auf deinem Mac nutzen. Bitte schaue dir auch das nächste Video an, um das Beste aus deinem Moto 8 Swat herauszuholen. Danke fürs Zuschauen!